So, äh, huch. Kann man jetzt, äh, öffnen? Öffne, Korb. Nein, danke. Was wahrscheinlich würde mich rauskippen und beiften. Hallo? Ich glaube, niemand ist hier. Hm, das ist nicht die andere Kiste. Ach, und du sucht die Couch. Äh, ja, äh, was kennen wir denn alles? Äh, gib Sofa, nö, äh, nimm Sofa. Oh, danke. Ich würde lieber nicht mehr von diesem schrecklichen Voodoo-Stuff touchen. So, was haben wir denn hier noch? Benutze Sofa. Schiebe Sofa. Nein, danke. Ich würde lieber nicht mehr von diesem schrecklichen Voodoo-Stuff axeln Marken 때문에 aufwinden. Nö, ne, ne, ne. Öffne Sofa. Schließe Sofa. Rede mit Sofa. Ziehe Sofa. Nein, danke. Ich würde lieber nicht mehr von dem schrecklichen Voodoo-Stuff ting avenliere. Come on. Jetzt würde er eine Woodoo-Zeug anfassen. Nein, danke. Ich würde lieber nicht mehr von dem schrecklichen Voodoo-Stuff. Mann, hab dich nicht so geil war. Ja, ich bin hier raus. Raus. So. Wo geht's denn jetzt lang? Gehen zur Tür. Gehen zur Tür. Dann öffnen wir mal diese Tür. Huch. Wie geht denn das? Dann öffnen wir mal die Tür. Sehr interessant. So. Wo kommt er jetzt raus? Hier drüben. Was sollen die Kage? Gehen zur Durchgang. So. Voodoo Lady haben wir jetzt auch schon getroffen. Ist ja sehr interessant. Da sah sie noch ein bisschen dünner aus. Wie zum Beispiel im 5. So. Was haben wir hier? Eine Tür. Eine Kirche. Da kommt schon wieder einer raus. So. Psst. So. Gehen zur Tür. Ahoy there. Fancy pants. Jo. Schön, dass du weißt, dass ich ein grünschnabel bin. So. Haben wir hier was interessantes? Untersuchen bitte. Let's go, fancy pants. Davy Jones Lockers. The last word in Theft, Fire and Grog resistant Storage devices. Ich glaube, äh, öffnen. Hier so. It's locked. Super. Hurry up. Ja, komm, red mit ihm, weil sonst hört der gar nicht mehr auf. Hier uns voll zu blöken. Äh, ich suche den Schwertmeister von Melee Island. Ich suche den Schwertmeister von Melee Island. Der Schwertmeister von Melee Island? Hm. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Sieh, niemand weiß die Wurzeln von ihren schrecklichen Husten. Niemand außer mir. Ich muss sie fragen, ob es dir okay ist, den Weg zu zeigen. Hm. Ich glaube, ich könnte den Weg da oben. Mal. Okay, ja, pfff, nichts anfassen, das fällt mir schwer, glaube ich, so, nimm, gehen zu Trisoi. So, neben kann er es nicht schieben, reden will er auch nicht, ja, gut, ja, wir wissen, dass er ziemlich gut gebaut ist, das Ding, aber nee, 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 hier ist nichts los. So, gehen wir halt wieder aus der Tür, was soll's, sind halt hier noch nicht so weit gekommen, so, raus. Ja, oder was macht ihr pssst? Äh, hoch, bist du du? Komm, untersuchen. Ah. Ah. Hallo. Du weißt, schlechte Dinge können zu einem Person in einer schwarzen, schwarzen Alley, wie dieser. Und an dieser Zeit der Nacht würde niemanden sein, um ihn zu sehen. Aha. Tatsächlich, interessant, na dann, bis bald. Ich habe sie hier auch etwas... Was? Ich habe... Haben sie hier auch etwas gehört? Und da gehören, darf ich auch etwas How to hear? Nein? So leanst du hier mal kurz bekannt zu bekommen? Ich bin... Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Ich bin Guybrush Threepwood. Neuer in der Stadt. Ich bin Guybrush Threepwood br Evolution, und wollte gerade gehen, ne, äh... Ich bin Guybrush Threepwood, und ich bin ein Pirat. Listen, Peepwood. Threepwood. Guybrush Threepwood. Oder was auch dein Name ist, listen. Ich bin der Sheriff von hier. Sheriff Fester Scheintop. Geh es von mir. Es ist ein schlechtes Zeit, um zu beheren Melee Island. Ein sehr schlechtes Zeit. Mein Tipp für dich ist, um zu finden einen anderen Ort, um zu gehen. Ja, da fühle ich mich auch mal. Komm, untersuchen. Ja, ein Circus. Ich liebe ein Circus. Ja, ähm. Circus ist jetzt nicht so mächtig. Äh, ich fühle mich natürlich auch sicheriger. Sicherer, sicherer, wenn da so ein Futsi rumläuft, der wieder ein bisschen auf uns aufpasst. So, ist hier nichts mehr. Gar nichts mehr, außer das scheiß Plakat. Kann man das vielleicht nehmen? Ach, schieben. Ich gehe ihm schieben, ich deb. Ja, dann beweg es nicht. Ich kann das abziehen. Wieso nicht? Ist doch nur ein Poster. Einfach abziehen. Geh halt wieder zur Straße, Threepwood. So. Öffnen. Gehen wir mal in die Kirche. Äh, hoch? Ja, nicht religiös, aber... Hallo? Ist hier jemand? Äh, hoch? Ist hier was? Oder gar nichts? Rein gar nichts. Untersuchen. Untersuche Ausgang. Na, super. Untersuche heißt nicht unbedingt, äh, eingehen. Äh, rausgehen. Äh, ja. Ihr wisst, was ich mein. Verflucht. Äh, hoch? Was haben wir denn hier? Eine Ratte. Untersuchen bitte. Hm. Red mit. So, was haben wir denn? Äh, nee. Äh, Inventar. Äh. Wo komme ich hier? Ah. Untersuchen. Zwei Goldstücke. Du sollst die doch untersuchen. Schiebe. Äh. Was ist denn das? So. Äh, 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 äh. Ich will die Dinger, äh, untersuchen. Ja. Ich glaube, Goldstücke und so helfen mir hier auch nichts gegen seinen Mundgeruch. Da müssen wir was anderes finden. Ich habe das übrigens noch nie gespielt, deswegen, puh. Stört hier auch schon wieder das Handy. Ich weiß nicht wieso. Äh, ich guck mal kurz. Ist ja, ist ja legitim, dass man ja kurz mal guckt und so. Ist ja Wurst. Äh, weg mit dem Handy. Äh, boh. Geh mal hier durch. Ich sehe nichts Besonderes. Schön für dich. So, durch. Oh. Das müsste wohl der Wohnsitz sein. So, untersuchen. Untersuche Sitz des Gouverneurs. Ich weiß nicht, dass du nichts Besonderes siehst. Schön, dass du nichts Besonderes siehst. Äh. Untersuche. Äh, äh, suche. Da kann der nicht vorbei. Ist ja toll. Äh. Gut, dann müssen wir uns da noch was überlegen, was wir da machen können. Aber ich habe irgendwie zu wenig bis jetzt. Irgendwie. Gehen zur Stadt. So. Gehen zu Durchgang. Öffnen. Ach komm, gehen wir nochmal da rein. Gehen zur Tür. Und durch die Tür, bitte, geil, Brasch. Äh, durch die Tür. Durch. Danke. Hey, woher gehst du? Ich hieke halbwegs über die Isle, um zu versuchen, dass du eine Reservation mit dem Schwertmann zu bekommen. Wer, übrigens, sagt, dass du in den Lagen gehen kannst? Und wenn ich zurückkomme, huff, du bist Gott. Sehe, ob ich dich wieder einmal ein Fehler mache. Was willst du? Äh. Ich könnte ein Pfefferminz gebrauchen. Puh, du sagst mir. Hier, hol den. Bitte. Hol den ganzen Roll. Das wird ein Stück von Mehl. Was noch willst du? So, jetzt haben wir einen Pfefferminz. Ist auch toll. Ich suche den Schwertmeister von Melee Island TM. Ich suche den Schwertmeister von Melee Island. Schau. Ich habe gesagt, dass sie dich nicht mehr sehen will. Vielleicht, wenn du wieder einmal gefragt hast. Hm. Ich denke, ich könnte, ich gehe all the way over there. Again. Be right back. Und nicht nix. Was soll ich denn hier machen? Sie hat voll öffnen. Äh, da war gerade ein Öffnen-Symbol. So, weil ich hingekommen bin. So, was haben wir denn? Hier ist ja nichts Interessantes außer das Scheiß. Öffne Griff. Öffne Griff. Was ist ein Griff? Es scheint nicht zu öffnen. Aber hier gehen zu Griff. Davy Jones Lockers. Ja, na, 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 das muss ich mir nicht schon wieder vorlesen hier. Ah, ich. Zu. Was gehen? Zu Schaufel. Untersuchen bitte. The only shovel for serious treasurehunting enthusiasts. Ah. Schieben. Öffnen. Nimm. Danke. Ich muss, glaube ich, die Bilder ein bisschen detaillierter angucken. Aber könnte ich hier vielleicht noch irgendwas gebrauchen? Griff. Öffnen. Nimm Griff. Kann ich nicht nehmen? Wieso nicht? Schieben? Bööö. Wann jetzt? Öffnen. Nimm. Reden. Schieben. Äh, Griff noch mal schieben? Aha. Gehen. Kann man den irgendwann öffnen? It's locked. Tick mal. Tick mal.